Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zu einem Minecraft Let's Play und zwar in das Singleplayer-Map, die ich jetzt gerade immer noch habe. Und ihr habt lange, lange nichts mehr gehört von dem, weil ich auch eben noch dann Weihnachten, Dietat und Ploplipla und was auch immer. Wir waren ja das letzte Mal hier dran und haben die Wände hochgezogen zum Minecraft-Normal-Let's Play. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt, ich mache hier, gibt es groß nichts, es leckt wie die Sau jetzt gerade, warum auch immer. Haben wir irgendwelche Programme, die noch auf sind? Ja, da ist noch was auf und da ist noch ein Programm auf, was rumleckt. Und da ist noch ein Programm auf. So, jetzt soll das nicht mehr so lecken. Wird pausiert, also dieses Let's Play, weil ich habe jetzt zwei andere kleine Projekte, die ich dann laufen habe und es wird pausiert, bis diese zwei Projekte durch sind. Das heißt, ich werde eine neue Projektreihe öffnen, das sind die Minecraft-Adventure-Maps. Ich habe mir da zwei schöne ausgesucht, die ihr vielleicht schon von anderen Let's Playern kennt und ich finde sie absolut geil. Und ja, ich mache diese auch noch und was da kommen wird, lasst euch überraschen. Das ist mehr oder weniger jetzt wirklich ein Infovideo, das ist kein Let's Play. Ich werde es jetzt momentan pausieren, weil jetzt kommt ja eh noch Weihnachten und dann bin ich eh bei einer Familie und, 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 und. Und dann sind die Videos eh momentan ein bisschen reduzierter. Und ja, äh, das wäre es eigentlich gewesen für dieses Mal und, äh, ja, bis zum nächsten Mal.